Willkommen zu Prematik TV. Heute geht es um Kompressoren, es geht um Pneumatik, es geht um Vakuum und Gebläse und es geht um Service. Prematik feiert dieses Jahr 60. Jubiläum und darum 60 ausgewählte Aktionen aus dem gesamten Sortiment für euch. Aus diesen 60 Aktionen haben wir sechs Highlights quer durch das ganze Produkteangebot der Prematik ausgewählt. Und diese sechs Highlights wollen wir euch jetzt vorstellen. Und zwar zusammen mit David, einem Fachmann mit dem Prematik-Blick. Zusammen. David, unser erstes Aktionsprodukt-Jubiläumsangebot. Jubiläumsangebot Aktionsprodukt? Unser Angebot Aktions-Jubiläumsprodukt. Geht weiter. Ich zeige euch jetzt das erste Highlight aus unserem Jubiläums-Katalog. Das ist ein mobiler Kolbenkompressor K29040W, welcher bei uns in der Prematiker-Werkstatt zusammengebaut wird. Er hat einen innenbeschichteten Powder, welcher wir 10 Jahre Garantie gegen den Durchrosten geben, welcher wir auf alle Paco- und Turbostar-Kompressoren anbieten. Das ist jetzt ein typischer Handwerker-Kompressor. Er ist fahrbar durch die zwei Räden, aber dank der zwei Dragegriffen kann man ihn auch ganz einfach in einen höheren Stock aufgetragen. Er hat genug Leistung, um einen Schlagschrauber zu bedienen oder einen Rätsch. Zum Beispiel. Hier kann man zum Beispiel einen Spiralschlauch anschliessen, welcher hier auf der kurzen Seite einen Steckneppel dran hat. Und auf dieser Seite ist eine Sicherheitskoppel dran. Das Set gibt es auch bei uns zum Kauf in der Aktion. Was wir auch im Angebot haben, ist ein Sicherheitshandreifen-Füller. Dieser zeichnet sich aus durch das Quick-Lock-Ventil, das er hat. Da kann man ganz einfach das Ventil hin drücken, zu machen, wegstehen, wegen dem langen Anschlussschlauch ist mir da nie gefährdet, falls es auch mal den Öffri abt. Der kleine Mobilikompressor, der Kolbenkompressor, gibt es auch in einer stationären Ausführung. Der grosse Bruder mit der wunderbar poetischen Bezeichnung 496 200 ist grösser, kann mehr, ist ein wenig teurer, aber jetzt ist er aktuell zum sensationellen Jubiläumspreis erhältlich. Mehr dazu in den Jubiläumsbroschüren oder im eShop. Ebenfalls in der Aktion ist diese Kompaktanlage vor allem. Wir vertreten Ihre Produkte der ganzen Schweiz und machen für Sie Beratung, Verkauf und Service. Das Gerät sieht nicht nur aussen gut aus, sondern ist schon innen sehenswert. Hier auf der einfach bedienbaren Steuerung sieht man die wichtigsten Einflussgrössen und Bedienelemente. Zudem kann man ihn einschalten und ausschalten. Übrigens, der Kombi Noach 10 zu 70 Teile ist der meistverkaufte Schraubenkompressor in den letzten paar Jahren. Und jetzt gehen wir zu einem frequenzgeregelten Schraubenkompressor. Mit dem C1510F kannst du Strom sparen. Das Wunderding von BOGE passt sich automatisch. Dein Druckluftbedarf an. Er kann von 360 bis 1530 Liter frei regeln. Das heisst, wenn in einer Nachtschicht z.B. weniger Leute am Arbeiten sind, liefert der nur das, was an den Geräten und von den Arbeitsplätzen benötigt wird. Diese Technologie setzt sich immer mehr durch. Ein Kompressor, der mitdenkt. Und jetzt gehen wir von den Kompressoren zum Vakuum. Das Geräte ist eine Vakuumpumpe. Genauer gesagt eine trocken laufende Dreischieber Vakuumpumpe. Diese wird vor allem in der Druck- und Verpackungsindustrie eingesetzt. Mit dieser braucht man vor allem das Heben- und Haltenprinzip. Und das zeigen wir euch jetzt an einem Beispiel. Für das letzte Highlight, für das letzte Jubiläumsangebot werfen wir ein Auge in die Pneumatik. Für das letzte Produkt gehen wir auf dieses Ventil hier. Das ist ein 3-2-Weg-Ventil, das quasi als Sicherheit für einen Arbeitsplatz gibt. Wir haben hier eine Kolberstange, einen Zylinder, der rauf und runterläuft. Wir haben hier eine Ventil-Einheit. Und dieses Ventil sichert jetzt quasi die Bedienung. Man kann es hier abdrehen. Da ist auf der ganzen Einheit eigentlich kein Druck mehr drauf. Man sieht hier, der Zylinder läuft nicht mehr. Man könnte jetzt hier ein Ventil wechseln. Wenn ich jetzt hier wieder aufmachen, dann läuft alles wieder. Und so ist die Sicherheit gewährleistet. Danke David! 60 Jahre Prematik. 60 Jubiläumsangebote. Besorgt euch den Aktionsprospekt oder schaut rein auf www.prematik.ch im eShop. Diese Angebote gelten nur bis Ende Jahr. Und wir sehen uns hoffentlich weiter und immer mehr auf www.prematik.team. www.prematik.team.team.team.team.team.team. www.prematik.team.team.team.team.team.team. www.prematik.team.team.team.team.team.team.team.